Mein Name ist Andreas Becker, ich führe das Kasseler Familienunternehmen in vierter Generation. Wir leben täglich unser Handwerk und backen ausschließlich nach traditioneller Handwerkskunst. Jede Generation stand und steht auch heute noch, morgen für morgen, persönlich in der Wachstube. Dabei verarbeiten wir ausschließlich beste Rohstoffe, angefangen beim veredelten Nussleimax Premium Getreide, bis zur edlen Schokoladenkuratürung. Wir produzieren alles selbst, Brot und Brötchen, Feingesenk und Torten, Eis und Kralleln. Mein Name ist Sebastian Kraus, ich bin Konditor aus Wilhelmland im zweiten Lehrjahr und habe kürzlich beim Konditorenleistungswettbewerb in Kassel des zweiten und des dritten Lehrjahres den guten Platz belegt. Das Handwerk steht für Qualität.